hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge elex erstmal muss ich kurz sagen ich habe ich bin ein bisschen erkältet und muss das öfter mal husten und wenn das bild mal stehen bleibt dann habe ich gehustet auch wenn ihr es nicht hört ich werde das versuchen so gut es geht weg zu schneiden des weiteren habe ich irgendwie dieses mal bei der aufnahme nebenbei doch noch ein video am rendern und ich hoffe dass trotzdem alles so gut wie flüssig weiterhin abläuft ja wenn es nicht so funktioniert werde ich definitiv nächste mal rendern und erst dann aufnehmen ja so dass ein thema wir waren jetzt hier und haben hunter platt gemacht haben gustav bescheid gegeben und nun wollen wir weiter es regnet mir einfach zu viel das ist doof hast du schon was für mich ist noch etwas springen ich werde jetzt hier mal schlafen der regen der macht mich ein bisschen bekloppt hier ich hoffe es wird nicht so viel sonst muss ich das neu aufnehmen ich bin immer noch am austesten ich weiß nicht ob ich die folge dann nehme oder ob ich dann alles neu mache wenn es zu viel ruckelt in elf minuten ist das ändern fertig da sollte das dann wieder besser laufen und ich mache das auch nicht noch mal ich sehe das schon so wir müssen noch weiter quatschen hier mit den leuten da hinten waren wir aber wir können trotzdem mal jeden weiter laufen gehen mal langsam dass es nicht zu viel beansprucht wird und nächstes mal mache ich es wieder anders versprochen so wo kommen wir denn hier hin in einem wahrscheinlich kommen mir die oder hier sind wahrscheinlich die flüchtlinge öllampe schlafsack aber es ist blöd wenn man sich nicht gut fühlt hier ist eine werkbank das auch schon mal gut wie viel brauche ich denn jetzt noch zum aufsteigen da fehlt immer noch was ich habe ja nur angenommen so hallo also was bist du händler kopfgeldjäger oder ein niemand wie die meisten da draußen ich verrate ihm das jetzt nicht ich bin ein diener kalans ein diener kalans also wir stimmen den arsch ab oder was ist deine aufgabe ja und dann rieche ich noch mal dran nicht zu vergessen die kostprobe ob auch wirklich alles in ordnung ist wenn du es genau wissen willst nur dreh dich um und finde es heraus wie geil das würde ich so gerne sagen ach nee komm das mache ich jetzt nicht dein groß maul hatte ich sicher oft in schwierigkeiten gebracht das ist korrekt und die meisten gehen mir ins netz aber so wie ich das sehe werden wir beide wunderbar miteinander auskommen denn sonst hättest du mich wohl kaum angequatscht wie lebt es sich hier bevor du anfängst mir löcher in den bauch zu fragen auch erst mal eine mit mir ich habe das beste zeug dabei also was darf sein was hast du anzubieten trolldung oder ratten schorf erstklassige ware du kannst es dir auch durch die nase ziehen ein wort und du hast eine kostprobe lass gut sein naja deine entscheidung ab und zu ist ein bisschen durchzug in der birne genau das richtige mehr für mich weniger für dich und weil du wissen wolltest wie das leben hier ist sollten wir zum geschäftlichen teil kommen nur zu also die sache ist die die kleriker drücken seit jahren dieser stadt ihren stempel auf und der duk denkt dass sie das auf kurz oder lang überall vorhaben kurz gesagt die kuppel stadt könnte der ausgangspunkt für einen feldzug sein und das beunruhigt ihn mein auftrag ist es herauszufinden ob sich da was zusammenbraut das uns gefährlich werden kann ja gut aus ob ich mit deinem auftrag zu tun ach guck mal hier wie wir mit dem techniker job einer erst anscheinend einer dieser kandidaten welche informationen hast du bisher über die kleriker zusammengetragen so gut wie nichts ich habe mich bisher nicht sonderlich geschickt angestellt du brauchst einen spitzel nämlich an kluges kerlchen und ich verrate dir auch warum ich dich einweihe du kannst von mir aus mit den klerikern so viel sympathisieren wie du willst das ändert aber nichts daran dass mit krieg niemanden geholfen ist bevor die albs nicht von der bildfläche verschwunden sind sollten wir darauf verzichten uns einander den boden streitig zu machen und was erwartest du jetzt von mir alles was du tun musst ist einem typen auf den zahn zu fühlen lutz heißt der bursche und arbeitet als einer von alois technikern soweit ich weiß versucht die bande mit ihren brüdern in ignadon funkkontakt herzustellen quetsch ihn also aus und bring ihn zum singen ich will wissen ob in nächster zeit eine offensive bevorsteht sobald du eine brauchbare information gewonnen hast kommst du zurück sollten wir uns wirklich darauf einlassen die frage stellt sich doch gar nicht was ist schon dabei ein paar informationen einzuholen ja ja das ist schon dabei das ist nur ich könnte es jetzt ablehnen tue ich aber jetzt nicht nur wenn es sich lohnt da denkst du ich speise dich mit einer büchse bohnen ab ich zahle schon da kannst du dir sicher sein also jetzt die quest die wird eh abgebrochen weil ich werde den outlaws nicht helfen und den klerikern logisch aber ich hab's jetzt einfach mal angeklickt gehabt warum glaubst du dass ein techniker über die strategie der kleriker bescheid weiß ganz einfach wenn irgendwo ein draht durch schmort wird er gerufen schwingt er dann den schraubenschlüssel schnappt er sicher etwas auf es ist also gar nicht notwendig dem funk meister auf den sack zu gehen ein kleiner umweg und wir kriegen die informationen auch so wo finde ich lutz meist ist er mit der wartung irgendeines generators beschäftigt geh einfach mal die wehrgänge ab weit kann er ja nicht sein gut dann hätten wir das auf jeden fall jetzt machen wir die quest von vivian ich komme von vivian sie schickt mich wegen des techniker jobs sehr gut ich möchte dir ein angebot machen so dass ich deine fragen vielleicht der übrigen ich will diesen job um jeden preis wenn du verstehst was ich meine es gibt bestimmt besser als mich aber es gibt niemanden der so viel dafür bezahlt wie ich er versucht mich also zu bestechen wie gut kennst du dich mit technik aus sehr gut also eigentlich fast gar nicht aber ich lerne sehr schnell wenn ich jemanden habe den ich fragen kann ist der rest kein problem der job ist mit sicherheit nicht schwerer als mein letzter wie stehst du zu den klerikern also pass mal auf es geht doch hier nicht darum wie ich zu den klerikern stehe es geht darum ob ich mit ihren maschinen scheiße bauen würde die antwort ist nein würde ich nicht ich will den job damit ich näher bei ihnen bin es ist ein beschissenes gefühl die brüder unbewacht zu lassen je direkter mein draht zu neuen informationen desto besser für uns alle wir haben keine lust auf einen plötzlichen krieg von dem niemand etwas an konnte ich habe genug gehört alles klar und denkt dran bei vivian ein gutes wort für mich einzulegen es wird sich für dich lohnen also mal ganz ehrlich der will praktisch den job nur er kann nicht und er will den job nur um einen weiteren informationen für seinen duke zu kommen ja für die outlaws zu kommen was wieder für mich bedeutet nein aber er wird wahrscheinlich nicht der kandidat sein wo ich sage gut den könnte man ja wie könnte man mal nehmen hallo 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 ein klo es regnet wieder mal ganz ehrlich ich habe keinen bock mehr auf regen na schon besser man da steht neben ne gesehen werden eine grube gräb sollte eben nicht mit steinen schmeißen ja da hast du recht okay weiter was gibt es denn da zu glotzen dieser bereich hier ist den flüchtlingen vorbehalten hier gibt es nichts zu holen für euch plünderer verschwinde hier okay das könnten wir jetzt nehmen das oder das ich werde jetzt nicht irgendwie anmachen oder so ich werde sie aber auch nicht anmachen denn das fall gefällt das nicht ihr gefällt das nicht und deswegen mache ich das ich bin kein plünderer na schön das erklärt aber trotzdem nicht was du hier willst bist du immer so aufbrausend was erwartest du ein nettes mädchen vom lande ich bin in goliath aufgewachsen wenn du schon einmal dort warst dann weißt du dass das leben dort ziemlich hart sein kann was macht jemand wie du in dieser trostlosen gegend die menschen hier brauchen meine hilfe viele sind hier gestrandet und wissen nicht wie sie den nächsten tag überstehen sollen ist das nicht die sache der kleriker wenn sie sich doch genauso um die menschen hier kümmern würden wie um ihre kleinen kriegsspielchen dann müssten die leute hier auch nicht im dreck leben du scheinst eine sehr starke magierin der berserker zu sein naja ich bin immer noch nicht da wo ich eigentlich hätte sein wollen auf meiner pilgerreise habe ich schon viel gelernt jedoch stagniert meine entwicklung seit ich hier bin du bist noch in der ausbildung nein so würde ich das nicht bezeichnen von den berserkern in goliath kann ich nichts mehr lernen auch wenn sie das gerne anders sehen wollen meine kraft ist seit ich das erste mal magie wirkte stetig angewachsen es hat irgendwie mit dem mana und der natur des eleks zu tun ich verstehe immer mehr die zusammenhänge ich werde immer stärker es hört einfach nicht mehr auf es ist erschreckend wenn du so mächtig bist warum ziehst du nicht in die schlacht das ist ja das problem ich kann meine kräfte nicht kontrollieren manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem weg leider auch nicht selten meine eigenen leute aber die meiste zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere krieger darum bin ich auf pilgerreise um diese misere in den griff zu bekommen jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen möchte ich wetten glaub mir freundchen mich zu zähmen haben schon ganz andere versucht ich könnte dir helfen ja ja wenn ich dich so ansehe dann hast du selbst genug probleme so ein ernster blick passt nicht zu deiner restlichen erscheinung irgendetwas stimmt doch nicht mit dir fremder na was ist es bist du auf stims oder hast du das große mutanten flattern da sie eine begleiterin sein wird wenn ich jetzt definitiv die wahrheit sagen elix entzug mein früheres leben sein wenig anders aus als heute ein ehemaliger alpsoldat wusste ich doch tja eisklotz da haben wir wohl einiges gemeinsam wie auch immer besser du behältst deine griffel bei dir ich merke sofort wenn du was versuchst klar kein problem ich bin nicht daran interessiert meine griffel irgendwo bei denen ja so also im falle von jacks wahrscheinlich schon ja aber im falle von emi nein wie sieht's jetzt aus mein angebot steht immer noch und was genau hast du vor ich stecke mitten im krieg gegen die elixitoren und versuche dafür eine schlagkräftige kampf zusammenzustellen ach ja und du glaubst ich beteilige mich an deinem kleinen scharmützel als gegenzug für deine kampfkraft biete ich dir an deine magische entwicklung zu fördern du sagt es selbst je länger du hier bleibst umso unberechenbarer wirst du willst du die menschen die du zu schützen versuchst durch deine eigene hand in gefahr bringen nein aber warum sollte ich ausgerechnet dir folgen ich kenne elix und die magie ich kenne die impulse die dich im schlaf verfolgen ich kenne die albträume und den drang der vernichtung jeden tag aufs neue versuchst du okay okay hör auf damit du hast mich überzeugt ich pack meine sachen und warte draußen vor dem haupttor ich rate dir aber da aufzukreuzen sonst wird es ein kurzes gast spiel freundchen gute entscheidung ich werde da sein das möchte ich dir auch raten sie ja fantastisch sie haben wir anscheinend überzeugen können mit uns zu gehen separatisten hier noch etwas nettes eine gute krebs sollte eben nicht mit steinen schmeißen das stimmt warum zerbrichst du dir darüber den kopf der kliniker das ist ja auch eine der kandidaten für vivian ja seit ich unter den menschen in der kuppelstadt weile fällt mir auf wie sehr ich sie verabscheue sie verlangen für alles eine gegenleistung nur meiner beharrlichkeit habe ich es zu verdanken dass man mir primitives werkzeug übereignet hat ohne dass ich mich dafür ein erniedrigen musste es hat sich als äußerst zweckdienlich erwiesen die kompromittierenden gefühle mit arbeit auszuschalten ich habe gefallen daran gefunden aus altem schrott nützliche dinge zu bergen dennoch sehe ich schwarz für die zukunft diese stadt ist genauso verdorben wie der rest der welt ja das macht sie ziemlich unsympathisch sehen sie anscheinend hasst sie die menschen was sie eigentlich zu einer blöden kandidatin mache ich vertreiben oder gar töten lassen ihr menschen macht mir keine angst ihr seid die pest dieses landes obwohl irgendetwas ist anders an dir treibst du dich öfter unter unseresgleichen herum ich werde ihr das nicht verraten weil sie mir unsympathisch ich kenne eine menge albs dachte ich mir du siehst auch irgendwie vertrauenswürdig aus wir können mehr menschen gebrauchen die für uns sprechen selbst wenn sie die niedrigere lebensform sind so brauchen wir sie doch zum überleben ich komme von wie wir wegen des techniker jobs interessant dass die kleriker denken ich würde für sie arbeiten ich bin ohne frage die beste ihre wahl ist daher logisch aber ich will einen beweis dass sie willens sind mit mir zusammenzuarbeiten wenn ich für die kleriker arbeiten soll möchte ich bezahlt werden und zwar im voraus du kannst also gut mit technik umgehen wie ich bereits erwähnte ich bin die beste du wirst hier niemanden finden der besser ist ich habe bereits einige fehler in den systemen ihrer roboter entdeckt und wäre bereit sie zu modifizieren auch die kuppel läuft nicht so effektiv wie sie es könnte könntest du dir vorstellen mit klerikern zusammenzuarbeiten für menschen machen sie ihre arbeit gut aber ihr verhalten ist oft unlogisch eine führung durch alps oder einer maschine wäre für diese stadt von großem vorteil aber es liegt nicht in meiner macht dies festzulegen also ja ich könnte mir vorstellen mit ihnen zu arbeiten also ganz ehrlich ich werde sie nicht bezahlen vor allen dingen sie ist unsympathisch sie sie hasst eigentlich die 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 menschen nein ich werde dich nicht bezahlen gut du hast eine entscheidung getroffen ich werde nicht für die kleriker arbeiten gut dann hätten wir das auch mal geklärt so ich weiß diese folge ist jetzt etwas kürzer als wie von mir gewohnt aber ich möchte das mal eben mit dem links erledigen mit dem rendern und würde ich würde mich dann hier erstmal verabschieden und wir machen auf jeden fall bei der nächsten folge weiter und gehen wir mal unseres weges durch die stadt da bin ich mir sicher ja da bin ich mir auch sicher dass wir das machen und ja danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschau 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 tschau